So Leute, ich bin's wieder, Ramadan am Start und heute mit einem neuen Video. Heute gibt's, also ich bin eher enttäuscht von Fortnite, weil die nochmal ein Bug ins Spiel gebracht haben und das ist nicht so gut, weil... Also Leute, ich erklär's euch jetzt, wieso. Also, weil habt ihr jetzt 15 Kills und die Endzone ist hier. Und ihr denkt euch, ja komm, es leben noch 15 Leute, ich bin ein Turnier, Digga, komm, törtlich, Mann, ne? Und hier, vor dieser, vor diesem Plakat hier, wo der Name steht von den Spielern, müsst ihr nur hier törteln und danach passiert das. Und das ist mir gerade eben in der Runde aufgefallen, weil, Leute, ich kann's euch erzählen, weil, äh, wie gesagt, ähm, ein, also drei Spieler waren, äh, ähm, halt hier unten, ne? Die hatten halt keine Waffe, ich hab Solo World Squad gespielt. Ich war da oben, da sind immer zwei Kisten und ich hab mir immer den Loot gewinnt. Bin ich hier runtergekommen? Hier waren zwei, ich hab die schnell gedowned. Ich hatte eine lila, eine AK und eine, ähm, blaue, schallgedämpfte Pistole. Ich weiß, nee, blaue AK und Maschinenpistole in Grau. Hab ich, äh, zwei gedowned, ne? Und der andere ist hier durchgelaufen. Dachte, ach komm, ich, ich werde ihn, ich wollte mich eigentlich mit dem befreundern, weil die eigentlich keine Waffe hatten. Und danach, Leute, passiert das, wo ich nicht mit gerechnet habe. Ich dachte, der will nur diesen hier machen. Diesen hier. Und irgendwie aussehen, als hätte ich ihm eine Chance gegeben oder so, ne? Aber nein, er macht diesen hier. Und boom, das ist dann passiert. Und ich frag mich, wieso ist jetzt der ganze Skog tot? Und ja, ich kann es beantworten, Digga. Weil nicht mehr bei diese, bei Fatal, diese Gabel und Messer, nicht da, Digga, sondern hier. Also, Leute, ganz dringend, teilt das auf jeden Fall. Weil ich will nicht, dass ihr nur wegen diese, diesem Bug hier stirbt. Weil es ist mir gerade eben aufgefallen, Leute. Und das ist wirklich, ah, Digga, ich will, ich will ja jetzt nicht sagen oder so. Ich will mich ja nicht schlecht drüber reden. Aber Fortnite, wenn ihr einen Bug rausnehmt, dann macht nicht den zweiten rein. Deswegen, Leute, teilt es auf jeden Fall oder sagt es allen euren Kollegen. Und das ist wichtig, das ist wichtig, Leute. Weil, wie gesagt, es ist halt, ich sag mal so, schlecht, wenn Fortnite einen Bug rausnehmt und ihr jetzt einfach so, einfach so fliegt. Ja, was soll ich machen? Ah, ja, ja, komm, ich gehe bei dieser Kiste. Ah, da liegt der Loot. Ja, dann gönne ich mir mal die graue Pistole. Ja. Digga. Okay, Leute, teilt das mit allen euren Freunden. Und nicht vergessen, liken, kommentieren und abonnieren. Und würde mich freuen, wenn ihr abonniert, natürlich. Aber auch ein neues Video kommt, äh, auch heute, Leute. Also, ja. So, im Laufen geht's nicht, ne? Aber so, boom. Wenn ihr euch stückt, Leute, versucht es selber, aber ich hätte euch empfohlen bei der Spielwiese. Weil, es wird bestimmt gefixt, ganz schnell. Aber ich hab es halt jetzt herausgefunden und, ja. Es war halt scheiße für den Gegner, den ich gefunden habe. Egal, Leute. Peace out, Leute. Wir sehen uns dann heute und nach dem Video noch ein Video. Peace out, Leute. Ciao.